Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 14. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1023 und gefühlt haben wir auch fast zu viel Grad. Irgendwie was fern von 20 Grad und mir viel zu heiss, aber ich glaube der eine oder andere und die eine oder andere Hörerin wird sich darüber dennoch auch freuen und es soll die nächsten Tage auch so bleiben. Aber jetzt kommen wir doch zu dem, was ich besser kann, zu den Technik-News. Nämlich Swiss Topo, iCloud, Fuchsia, Game Pass und Videos. Heute sind nicht so viele Themen da, deshalb habe ich ein bisschen was zusammenkratzen müssen. Zum einen gibt es Neuigkeiten zu Apple in der Schweiz und zwar zu Apple Maps in der Schweiz. Bis an ihn kamen da die ganzen Daten vom Navigationshersteller TomTom ausgeliefert und seit neuestem findet man da auch Daten, vor allem Geodaten vom Bundesamt für Landestopografie oder in kurz gesagt Swiss Topo und das fährt sich natürlich auf die Qualität unter anderem aus. Wie genau, das könnt ihr nachlesen im verlinkten Beitrag. Es geht da unter anderem vor allem um hochauflösende Luftbilder, um digitale Oberflächenmodelle und so weiter und so fort. Einer der Gründe, weshalb das so sein könnte, liegt auf der Hand, denn die Geodaten von der Swiss Topo sind seit Anfang März kostenlos für jedermann zugänglich. Somit wird sich Apple da wahrscheinlich ein bisschen fleissiger bedienen, was das anbelangt. Übrigens, nicht nur das holt sich Apple lokal hier in der Schweiz. Auch Unternehmenseinträge kommen direkt von Local Search, also Swisscom Directories, was es früher mal war und die ÖPNV-Daten kommen direkt von der SBB. Dann geht es weiter mit iCloud. Aktuell gibt es unter beta.icloud.com für eingetragene Entwickler die Möglichkeit, einen Blick in die Neuerungen in der iCloud zu werfen. Viele von euch wissen es vielleicht gar nicht, oder von euch vielleicht schon, aber von Menschen, die euch umgeben, die nicht ganz so technikaffin sind. Auf die Apple Mails und den Apple Kalender etc. könnt ihr in jedem Browser zugreifen über iCloud.com. Einfach einloggen und da habt ihr alles in der Übersicht. Auch die Daten, die ihr da mit drin habt, sind logischerweise so verfügbar. Da hat man jetzt herausgefunden, dass Apple die Optik von der Mail-App, die in der Cloud ist, also im Browser ist, angepasst hat an die von iPad, iOS etc. Gefällt mir optisch gut und ich freue mich schon, wenn es dann so kommt. Nun ist ein Video aufgetaucht. Vor kurzem habe ich hier in der Daily schon mal berichtet, dass das kommende, der Tod von Android oder der Nachfolger von Android, von Google selber, Fuchsia, auf dem ersten Nest Hub aufgeschlagen ist. Und davon gibt es jetzt ein Video, da hat man bei 9to5 Google das Ganze ein bisschen auseinandergenommen und sich angeschaut und immer direkt verglichen mit dem aktuellen Betriebssystem, was sonst auf den Hubs drauf ist, dem Cast irgendwas. Und da sieht man, wie Fuchsia teilweise gleich schnell ist oder längsamer, manchmal aber auch schneller. Wo das am besten, schaut ihr euch das Video an, das ist dann doch ein bisschen länger ausgefallen. Ganze 5 Minuten, wow. Also doch nicht ganz so lang. Genau. Weiter geht es dann mit Gaming-Neuigkeiten. Aktuell findet ja, auch wenn in digitaler Form, die E3 statt. Und da gibt es von Microsoft Neuigkeiten zum Xbox Game Pass. Da sind nämlich jetzt populäre Bethesda-Spiele dazugekommen. Was könnt ihr ab sofort spielen? Fallout 1, 2, 3 und Tactics. Dann kommen noch dazu der zweite Teil von Wolfenstein, Doom in der 2016er Version und so weiter und so fort. Also Gamerherzen sollten jetzt höher schlagen. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Video-Hinweis zum SureMVI für Podcaster. Ein Audio-Interface, das man für viele Dinge nutzen kann. In diesem Video habe ich es aber aus der Sicht eines Podcasters beleuchtet. Und im Laufe des heutigen Tages sollte mein Video zum Vasco Translator M3 online gehen. Das ist ein Übersetzungs-Gadget, das ich extrem cool finde und dass ich jetzt gespannt bin, wie sich es in meinem Test schlagen wird. Seit wenigen Tagen ist es hier, deshalb gibt es erst ein Unboxing- und ein Konfigurationsvideo. Aber die ersten Erfahrungen damit sind schon mal sehr, sehr toll. Und da freue ich mich auf die nächste IFA und MWC und wenn dann das irgendwann 2020 wahrscheinlich, äh, 2022 wieder kommen wird. Und ich da fleissig auch übersetzen kann damit. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.